Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, wir befinden uns jetzt in Helheim und das Tor zur Hölle scheint verschlossen zu sein oder vorerst dicht, denn es gibt zu viel Andrang. Die Valkyre wird wohl überfordert sein und mal schauen, was jetzt hier hinter uns auf uns lauert. Überforderte Valkyren sind, glaube ich, nie gut, da die warten schon auf uns. Oh, mit Schild und allem dringendran. Tja, bringt dir aber auch nicht viel. Aua. Wow. Okay. Na gut, hier ist erstmal noch keine Valkyre. Hm, da unten. Okay, da geht's für uns hoch. Hier war doch noch irgendwo eins hier. Oh, da. Sehr schön. Mhm. Als wir die Hescha bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Mhm. Was die Welt der Geister betrifft Wie das Licht von Alfheim Ganz im Gegenteil Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim Aber Hel ist viel langsamer als Midgard Tut mir leid, das muss verwirrend sein Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind Ist das gut Ah, du lernst wirklich schnell Wollt schauen, wie die Zeit dann Wie kommen wir denn da hin? Oh Mann Achso Dann müssen wir noch ein paar Ranken zerstören Wie viel Zeit dann vergangen ist Halten sie beim Ziel in R2 Und drücken sie dann Um die Becke in den Ruf Nein, 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 nein Okay Was? Da Ah, hier Von der anderen Seite war noch einer Da Okay Ist die Kiste jetzt runtergefallen? Ja Hm Na gut Huh? Was? Äh Was? 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 Hallo? Guten Tag Hallöchen Ich bin Kratos Und wer bist du? Okay Alles klar Bam Okay, der ist wirklich stark Huh? Noch einer Tschüss Tschüss Wo die würdigen Die würdigen Toten Gelangen dort Krieger, die im Ruhmreich Kampf sterben Hehl ist für jene, die unehrenhaft sterben Verbrecher Ja Und jene, die durch Krankheit sterben Unglück Alter Es ist unehrenhaft alt zu werden Naja Es ist wohl nie zu spät in den Kampf zu ziehen So, da war noch was zum Zerstören Oh 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 Sehr gut Ah Hallöchen Krieg ich dich von hier? Hm Wieder mit der Axt Hä? Moment Achso, da ist die Axt Die war einfach nur weg Okay Moment, du sollst runtergehen geradeaus Danke Dann geht's jetzt hier hoch Tja, wir Da laufen sie Die armen Toten Oh Ein Herz Aber dafür brauchen wir Atreus, oder? Oder können wir das mit den Klingen jetzt auch zerstören? Nee Leider nicht Hm Wir müssen mit Ah, oh Entschuldigung, da habe ich was vergessen Wir müssen mit Atreus nochmal hier hin Können wir die denn zerstören? Tja War jetzt nicht so hilfreich Na gut Die Brücke der Verdammten Und da der Wächter Der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind Was hält er da? Das Toten enthält eine mächtige Quelle magischer Energie Die Quelle von Helheim selbst Oh Aber was du willst, ist sein Herz Ja Hol es dir, dann können wir gehen Ja, super Wie? Ich brauche auf jeden Fall sein Herz. Den Brückenwächter besiegen. Na, großartig. Na gut. Brückenwächter, weißt du Bescheid. Lernen wir uns mal kennen. Okay, du tust nicht sehr nett aus. Alles klar. Das ist krass. Der kann sich damit porten. Was? Oh. Ich brauche natürlich auch meine Waffe. Oh. Hinter mir. Nein. Boah. Könnte ich auch mit der Axt besiegen? Ne, ne? Ähm. Ich vergesse die mal wieder zurückzuholen. Ne. Die Axt bringt mir leider gar nichts. Boah. Ja, also. Puh. Okay. Oh, und wir haben gar keinen Stein. Das heißt... Achso, wenn wir Atreus nicht bei uns haben, dann haben wir auch keinen Stein. Gut. So. Na gut. Ich glaube, der wird mit den kleinen Kristallen irgendwie stärker. Kann das sein? Huh. Ich will den kaputt machen, bevor der die nimmt, eventuell. Weg, 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 weg. Nein. Nicht angreifen. Huh. Huh. Nah, nah. Ohhohoho. Was? Oh, ho, ho. Oh, nein. Nein, nein, nein. Hast du dir wohl so gedacht, was? Wo ist er? Oh. Boah. Au, 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 au. Lass mich ausweichen. Oh, Mann. Oh, ich brauche Leben. Ein bisschen. Aber hier ist es kein Leben, ne? Oh, ein bisschen. Da ist Leben. Schnell da hin. Oh. Na. Na, 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 na. Boah, der ist übel. Leben. Hier, Leben. 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 Oh, 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 oh. Leben! Ja, mach du mal. Oh, 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 oh. Leben? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das klingt nicht erfreut, oder? Oh nein, nicht jetzt daran sterben. Da hinten ist noch ein bisschen Leben. Hier ist noch ein bisschen Leben. Oh, wir haben ihn fast. Oh, wo ist er? Oh. Nein, nein. We miss, we miss. Wir haben ihn fast. Oh, jetzt. Boah, der war heftig. Puh. Puh. Was ist das da hinten? Okay. Was ist überhaupt ein Herz haben? Donner's Herz. Aber wir werden da beobachtet. Ich hab das Herz. Brauch ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg. Ja. Nicht noch mehr Schaden an... Oh nein. Ne, Zeus. Was? Zeus. Zeus. Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Wie kann er hier sein? Ich brauche Leben. Es ist eine Illusion. Hehl foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Chaosflamme. Kleine Flamme ohne Ursprung, die aber in... Ach ja, damit können wir, glaube ich, unsere Chaosklingen verbessern. Genau. Das brauche ich aber unbedingt Leben. Ja, schon mal ein guter Anfang. Ja, auch sehr gut. Noch mehr. Hier die Truhe. Was ist das da für ein Rabe? Was für ein Kampf. Der war... Der war gut. Ach. Ach. Ach, wie cool. Na, hoffentlich nicht. Ah, gut. Den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Ah, wie cool. Okay. Winde von Hehl. Winde von Hehl sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Okay, was bringt uns das? Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der Tür hängt. Siehst du? Lass sie nur los. Ah. Oh, jetzt war ich zu langsam. Also, okay. Ach, das sind Winde? Gut. 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 wissen. Okay, dann geht's wieder zurück. Sorry, Leute. Hm. Da war eine Kugel, hab ich schon gesehen. Was ist hier? Okay, hier ist Leben. Sehr gut. Okay, das muss ich jetzt immer weiter treiben. Na komm, dann absolviere ich und gebe es weiter. Hm, hinter uns? Achso. Au. Ey. Was ist denn hier oben? Ah, okay. Die Eisnachtmahre. Diese Nachtmahre können die gleichen Frostkräfte nutzen, die wir bei den Hehlläufern gesehen haben. Ihre Angriffe verlangsamen uns, wenn sie uns treffen. Das ist doof. Aber das macht nichts. Aber das können wir immer noch nicht öffnen, ne? Okay. Nein. Nein. Wir brauchen Adreus. Ganz, ganz dringend. Auch da oben, das Tor. Ah. Okay, da müssen wir weiter. Ah, okay. Ich muss hier noch ein bisschen leben. So, komm mal mit. Ein schöner Wind. Noch jemand? Okay, von da kamen wir. Das war ja gerade für uns versperrt, das Tor. Aha. Kommt von der anderen Seite gar nicht dran. Genau, da kommen wir noch nicht hin. Okay, dann hier durch. Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater. Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hehl zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Da oben ist noch ein Wind. Ähm, Quatsch. Da hin. So, da sind wir wieder. Die Tore sind geöffnet, aber wo ist denn Valkyre? Hm? Ich will sie nicht heraufbeschwören, aber... Das muss doch jetzt auch irgendwie zu öffnen gehen. Vielleicht irgendwie so? Ah, da sind kleine Truhen drin. Sehr gut. So, nimm mal dich mal mit. Da war noch eine. Oh. Ähm. Was bist denn du? Hallo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Okay, die Attacker halten wir nicht aus. Boah, wieder so wenig Leben. Oh, tödliche Kriegsgriffe. Geringe Bonusaktivierungschance auf eine Gabe der Stärke bei jeder erfolgreichen Tötung. Das klingt gut. Oh. Sehr gut. Und wieder ein bisschen Leben. Boah. Da geht's noch weiter. Hier hin. Okay, vielleicht ist hier noch ein bisschen Leben drin. Ja. Okay, aber bevor wir... Hm. Na gut, ihr noch. Noch jemand? Und? Oh. Auch sehr, sehr cool. Ah, da ist der Nächste. So, ich brauche noch mal hier ein bisschen Wind. Schnell, 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 schnell. Okay, aber bevor wir jetzt Helheim verlassen, mache ich hier einen kleinen Cut. Meine Finger tun weh von dem Kampf eben. Die müssen sich jetzt erstmal beruhigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge, wenn wir Atreus endlich retten können. Tschüss. Again.